Ludwig nahm Doskozil in der kurzen Krisensitzung. Es geht um die Beziehung zum FPÖ. Am Mittwoch eilte Bürgermeister Michael Ludwig von seiner Clubprüfung in Burgenland zu den SPÖ-Krisensitzungen mit Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil, die seine Kandidatur für Rendi-Wagners Job ankündigten.in roten Kreisen gehört werden. Es ging nicht nur um Doskozils Cross-Shorts gegen Rendi-Wagner, sondern auch um Doskozils Beziehung zur FPÖ, weil Wiener SPÖ-Staatspartei ist, sich in sozialdemokratischen Struktur befindet. Die Struktur, die am weitesten verbreitete. Kickl, das ist nicht genug.